Wir machen hauptsächlich Musik einfach, weil wir es geil finden, weil es Spaß macht und im Idealfall hören sich dann auch Leute an, die da ähnlich Spaß dran haben, wie wir heute. Wir versuchen auf jeden Fall die alten Meister wie North X, Bad Religion zu zitieren, aber immer mit unserem eigenen Einschlag rein, dass wir eben auch noch ein bisschen was Neues beitragen können in dem doch recht wohl bekannten Musikfeld. Die meisten Texte entstammen so ein bisschen meiner Feder und die haben eigentlich alle Texte irgendwie so ein bisschen einen autobiografischen Hintergrund. Also das betrifft immer, inhaltlich sind es immer Dinge, die ich entweder selbst erlebt habe oder die mich halt selbst beschäftigen. Unsere EP heißt Life in Disguise. Gibt es seit einem August letzten Jahres. Einem guten Jahr überall zu kaufen oder am besten einfach auch zu einer Show. Es gibt einen Song auf der EP, Breaking Walls und zu dem wollen wir noch ein Musikvideo machen. Deshalb ist auch geplant, dass wir den Song nochmal neu aufnehmen und dann anschließend ein Musikvideo aufnehmen. Deshalb wird das so ein bisschen in naher Zukunft. Und dann ist natürlich auch immer wieder Songwriting, also neue Songs stehen auf dem Plan. Wir haben so drei, vier in der Pipeline momentan, die wir so nacheinander ein bisschen abarbeiten. Und das ist so, was die nähere Zukunft angeht. Ansonsten, ich glaube wir wollen einfach weiterhin Spaß haben. Dass wir irgendwie gerne miteinander proben, auch gerne zusammen auftreten und halt auch Leute Spaß haben auf die Gigs zu kommen. Ich glaube, dass das so das Wichtigste ist. Ich glaube, dass das so das Wichtigste ist. Daher, unter die Möhe.